weiß nicht was uns hier erwartet aber ja es kann nur noch schlimmer werden kann nur noch schlimmer werden sie durch den boden gebrochen natürlich da wo es qualmt also in die sauna immer in die sauna rein also wenn man sich hier immer so verlaufen würde bücher öfters herkommen du hast wohl Hunger da ist aber nicht da ist die Leiter es hätte ja klappen können es hätte ja klappen können da ist da 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 das sieht ja irgendwie richtig aus schick es war kein freund von treppen steigen aber so ansonsten schick so weit die Farbkombination vielleicht hier noch ein paar schwarze hin da 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 die da die 傷at ist aber nur personal mal weiter hoch sind willkommen zum treppen simulator zumindest ist sogar noch klopapier da das wichtigste das wichtig ist gut bei den anderen war nicht mal klopapier da wir da sollten wir nicht aber rutschen hat uns eigentlich immer weitergebracht also einfach rein einfach rein in den lachs wird schon schief gehen seid ihr nicht wunderhübsch wie gesagt willkommen zum treppen simulat gehen eine treppe runter um in einer treppe wieder hoch zu gehen das ist alles für die kilos jeder gang macht schlank sondern wir haben es halt nötig also ich hätte jetzt mit der leichten kopfverletzung welche gerade so raus zu tun es geht ja magani und ich dachte wir haben es mit den treppen hinter und wir sind die ganze zeit nach oben das war es ja klar dass wir auch irgendwie nach unten es hätte klappen können wie kenne ich den raum das kann ja ja das war die richtige tür finden ich habe keinen schlimmer wo ich hin muss ich weiß ich habe mich komplett verlaufen 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 wir reden jetzt nicht drüber dass ich schon wieder gelandet bin darüber reden wir nicht kann ja nicht sein war der meinung wir sind woanders ja ok 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 Ich habe keine Ahnung, ob wir hinten nach unten oder nach oben müssen. Oh! Ich habe keine Ahnung, ob das Leben passen kann. Ich glaube, der will mir sagen, ich bin hier falsch. Ich bin mir da nicht sicher. Ich bin mir da nicht sicher. Nur weil ich da falsch bin, heißt das ja nicht, dass ich hier richtig bin. Moment. Hier waren wir doch auch schon. Ich bin mir da nicht sicher. Ich bin mir da nicht sicher. und ich nachbühlen sehr gut sehr gut da ist das problem die toiletten sind übergelaufen ich mache die sauerei nicht weg das muss mich ja alles so gesehen legen und dann erst mal über warten ich glaube wir müssen doch nach oben ich bin leichter zweifel dran aber ja ich habe mich Okay, das ist auch falsch. Das ist falsch, falsch, falsch. Ich nehme auch Tipps an. Wenn der Chat denkt zu sehen, irgendeine Richtung ist besser. Aber ich bin da sehr offen. Vor allem, da ich mich eh verlaufen werde. Ob mit Chat oder ohne Chat. Ich bin da sehr offen. Das ist ein Thema, Treppen rauf. Das sieht gut aus. Jetzt hat man den Raum noch nicht. Ich traue mich aktuell nirgendwo runter zu rutschen. Ich bin da sehr offen. Ich bin da sehr offen. Das sieht doch richtig aus. Verdammt. Das sah richtig aus. Das sah aber richtig aus. Oh, Mann. Oh, Mann. Das ist das. Ich bin da sehr offen. Ich bin da sehr offen. ich glaube nicht dass es richtig ich glaube nicht dran ich weiß es halt nicht soll ich rutschen oder soll ich nicht rutschen bin ich sicher ja oder nein wenn er jetzt so komplett unentschlossen ich würde sagen ja einfach weil einfach weil ich keine idee habe wo wir sonst hin soll das ist dann eigentlich auch nicht eine idee ja die probieren es mal es gibt für üblich rein also das war nicht richtig was denn bohren da ist ja dass ich hier bin ich verdammt meine hoffnung ist gerade müssen zerbrochen ich habe hoffnung ich habe hoffnung dass wir richtig sind ich bin mir nicht sicher ist das jetzt hoffnung oder ist das so was ist hier going up das ist so das ist eine hand die hand aus der wand das ist eine schöne rolle wo man reingeht das ist wird wieder nicht sein Sonne ist ja zwar okay, aber das ist mir dann doch ein bisschen zu hell. Lass mich doch in den Keller gehen. Ich meine, in den Keller kann ich nicht gehen. Die Party People warten auf uns. Ich bin nicht sicher, was sie hier machen. Und ich auch nicht, was ich. Ach ja, alles rein. Oh.